Hallo Monkeys und willkommen bei dem Langenzusdorfer Kivania. Ich bin ja schon überfordert mit dem Wort an sich. Also was bedeutet ein Kivanis überhaupt? Kivanis, das ist ein indianisches Wort, also ein indianischer Ursprung und bedeutet so viel, wie dass wir allen die Möglichkeit wünschen, dass sie die eigene Persönlichkeit frei entfalten können und überall dort, wo das nicht so gut möglich ist, unterstützen wir gerne und entsprechend. Und wie hat das bei euch angefangen? Wie war euer Start? Also Kivanis selber gibt es ja schon seit langer, langer Zeit, seit 1915, kommt aus den USA. Dort sind ja die Sozialsysteme nicht so toll wie bei uns und deswegen hat man sich überlegt, wie kann man organisiert ein bisschen helfen. Und bei uns in Langenzusdorf haben wir uns 1999 gegründet, also gibt es auch schon eine Zeit lang. Und ja, sind derzeit in Langenzusdorf 23 Kivanis-Freunde. Nachdem ihr ein Großteil lokale Gruppen unterstützt, was macht ihr im Moment gerade? Was sind so eure laufenden Projekte? Ja, das stimmt. Wir fokussieren uns wirklich auf den Ort, haben hauptsächlich Projekte in Langenzusdorf und unterstützen dort, wo es am notwendigsten ist, wo also andere Bereiche, öffentliche Bereiche nicht helfen. Wir haben viele Sachen gemacht, Besuchsdienst für einsame Menschen, Therapiehund, dann einen Behindertenaufzug, Rollstühle gesponsert und so weiter. Das ist ein Therapiehund? Das ist ein wirklicher Hund. Genau, ein echter Hund, ein lebender Hund. Aber wo wir auch zusätzlich unterstützend sind, sind internationale Kivanis-Projekte. Und beispielsweise unterstützen wir derzeit ein Projekt, das gemeinsam mit der UNESCO initiiert wurde. Und da haben wir 80 Millionen Euro gesammelt und einen Großteil des Geldes haben wir schon als Kivanis-International, um eben den frühkindlichen Tetanus auszurotten weltweit. Und das wird bis 2015 passiert sein. Habt ihr schon mal über Therapie auf und nachgedacht? Eigentlich noch nicht, aber vielleicht ist das eine gute... Ich hab's euch doch gesagt, dass es eine gute Sache ist. Und auch wenn das Gewinnspiel jetzt schon aus ist, schaut es trotzdem mal bei Ihnen vorbei, da gibt es immer irgendwas zu sehen. Es ist eine gute Sache. Ich glaub, da ist es drüber gekommen, dass es wirklich eine gute Sache ist. Wir sind ja ganz neu bei Facebook und wir freuen uns über jeden und über jede, die bei uns vorbeischaut. So, und jetzt zum Gewinnspiel. Ich bin ja selber schon ein bisschen gespannt, weil unter allen, die über mich oder die Monkeys-Fanpage, die Kivani-Page geliked haben, unter denen werden jetzt zwei Monkey-Aufdrucke verlost. Und wenn gerade du das gewinnst, dann kommst du einfach mit diesem Gutscheinam zu mir ins Training, suchst dir dein Motiv aus, was du willst, sagst du mir, wohin du willst. Party. Über die Monkeys-Initiative haben insgesamt 36 Leute mitgemacht bei dem Spiel. Ich darf kurz vorlesen. Niki, Oskar, Karl, Martin, Catherine, Judith, Wendy, Yassi, Janina und du hast gleich die Ehre, davon zwei auszusuchen. Hey, hey. Das muss jetzt klappen. Das muss jetzt beim ersten Mal klappen. Hier. Das Tuch. Gewonnen hat's. Heute hier und jetzt den großen Monkey-Preis. Okay, da sieht man durch. Man sieht durch, es ist... Maigret Plado. Uh, yeah. Cool. Und der zweite? Das gibt ja noch einen. Der oder die zweite, jawohl. Auf Nussgeslaus. Gewonnen hat... Wir sehen über das Licht wieder durch. Fabian Hatschka. Nein, ich packe es nicht. Cool, ja. Fabian und... Fabi und Maigret. Ich werde euch finden und suchen. Suchen und finden. Ihr habt einen Gutschein für eine Monkey-Aufdruck gewonnen. Also ich selbst betreibe ja schon seit meiner Kindheit viel, viel Sport in ganz verschiedenen Bereichen und freue mich über jeden und jede andere, die sich auch ordentlich bewegt. Und deswegen unterstützen wir auch eure Initiative, die Green Monkey, sehr, sehr gerne und werden zukünftig sicher auch was mit dem anderen machen. Genau, dann schauen wir mal, was sich da noch so geben wird. Und wir sehen uns im Training. Und wir sehen uns im Training.